Geht mal in die Vorhülle rein, Franjo. Geh mal in die Vorhülle. Nee, ich will ja nicht. Ja, die ist doch geschlossen. Ja, aber für dich. Geh mal rein in die Vorhülle. Nein, ich will ja nicht in die Vorhülle. Warum? Keine Energie mehr für das Wegefeuer. Ich stehe da mit früher Bier. Nein, die Pulle Bier habe ich ja nicht aufgenommen. Nein. Oh, ja.